Einmal in deinem Leben eine amerikanische Highschool besuchen, den American Way of Life kennenlernen und währenddessen auch noch dein Englisch verbessern? Dann bist du hier genau richtig. Wir klären nun ein paar Fragen rund um das Thema Schüleraustausch. Was ist denn genau ein Schüleraustausch? Ein Schüleraustausch bedeutet für dich, dass du für eine gewisse Zeit in einem anderen Land zur Schule gehen wirst, dort in einer Gastfamilie leben wirst und deren Kultur kennenlernst. In welchen Ländern ist Schüleraustausch bei uns möglich? Wir bieten dir die Möglichkeit, Schüleraustausche in den USA, Neuseeland, Kanada, Großbritannien, Irland und außerdem da und andere in Australien zu machen. Wie alt musst du für einen Schüleraustausch sein? Für einen Schüleraustausch solltest du am besten noch zur Schule gehen und zwischen 11 und 18 Jahren alt sein. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt sie uns doch gerne. Wir beantworten diese dann in unserem nächsten Video.